Der Mundschutz ist inzwischen fester Bestandteil unseres Alltags. Er verbirgt schlechte Rasuren und tiefe Falten. Wer Sakko oder Kleid abgestimmt zum Mundschutz haben möchte, der muss zum Maßschneider seines Vertrauens gehen. Denn Sie wissen ja, das Handwerk macht Sachsen attraktiv. Unter dem Slogan Maßgeschneidertes für Unangepasste fertigen wir, meine zwei Auszubildenden und ich, individuelle Damenmode nach Maß. Es entstehen Brautkleider, Sommerkleider, Ballkleider und auch die Herren finden bei uns was Passendes. Ja, natürlich gehören auch Änderungen zu unserem Service. Normalerweise ist unser Auftragsbuch um diese Zeit rappelvoll, aber dieses Jahr ist ja alles ein bisschen anders. Hochzeiten fallen aus, werden verschoben, Feste werden gecancelt und leider ruft uns manche Braut an unter Tränen. Ja, gleich zu Beginn der Corona-Krise spendeten wir Innungsschneider ans städtische Klinikum Masken. Deshalb konnten wir schon sehr früh in der Maskenfertigung Erfahrung sammeln und somit bekommt heute jede Kundin von uns, passend zu ihrem Kleid, eine schicke Designmaske dazu unter dem Motto, wenn schon schön. Diese kann man natürlich auch so bei uns käuflich erwerben, inklusive einer Spende für Dresdner Kulturschaffende. Ja, die Zeit, die uns jetzt übrig bleibt, da unsere Frühlingssaison jetzt nicht so auftragsreich wird, werde ich dafür nutzen, meinen Brautmutensektor neu aufzustellen und neu auszubauen. Bis aber wieder fröhlich gefeiert wird, wird es wohl noch einige Zeit dauern und bis dahin heißt es für uns durchhalten und als Handwerk zusammenhalten.